Ein bisschen drauf? Ja. Ho, ho, ho. Das ist lächerlich. So, ich zeige euch kurz den aktuellen Stand der App, das ist mein iPhone, hier habe ich jetzt ein Icon, ich das öffne, startet die App, mit einer kleinen Animation wird der Ladezustand angezeigt und drunter steht auch die Uhrzeit von wann dieser Ladezustand ist, das sind jetzt, also 12.25 Uhr war das, damit schon nach halb, also das Fahrzeug steht jetzt, ist aus, sendet deswegen auch keine Daten. Sobald das Fahrzeug an ist, der Raspberry Pi wieder läuft, online geht, sendet er neue Daten und so aktualisiert sich das. Ich mache in 5 Minuten, wenn wir losfahren hier, nochmal ein kleines Video, dann sieht man auch, wie sich der Balken bewegt und entsprechend auch die Uhrzeit aktualisiert wird. So wie es jetzt ist, es ist keine native App, die muss man nicht installieren, die wird man nicht im App Store finden, sondern das ist eine Webanwendung, eine ganz normale Webseite und lässt sich somit auf jedem Android-Telefon öffnen, auch auf Windows Phone und natürlich auf IOS, aber halt auch auf einem heimischen Rechner über dem Firefox-Browser, wie auch immer. Also es ist plattformunabhängig, das Frontend zumindest. Genau, und so soll es auch bleiben. Also ich werde mich weiterhin auf die Webanwendung konzentrieren und den Raspberry noch bunt machen, sodass der halt auch permanent eine Online-Verbindung hat und ansonsten wird es halt eine Webanwendung geben, die halt den Leidezustand so darstellt. Mehr gibt es in der App auch nicht. Ganz einfach gehalten. Gut, ich melde mich dann in ein paar Minuten nochmal an. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind angekommen zu Hause. Ich bin inzwischen an der öffentlichen Ladestation, habe ich mal in einem früheren Video erwähnt. Gleich bin ich in der Nähe, zu Fuß vielleicht 300 Meter. Zwar nur Schuko-Dose, aber es ist okay, wenn das am Nachmittag da lädt. Ja, zurück zur App. Also das ist der aktuelle Stand. 43 Prozent, wurde jetzt um 15.10 Uhr sozusagen das letzte Mal vom Auto gemeldet. Und es deckt sich auch jetzt hier mit dem Ladestand, der im Auto angezeigt wird. Also ich bin davon überzeugt, das System funktioniert. Es ist wirklich sehr zuverlässig bisher. Ich habe inzwischen auch von netzclub.de eine SIM-Karte bestellt. Hier gibt es ein bisschen gratis Datenvolumen. Danke für die Hinweise in den Kommentaren. Ich teste es einfach mal aus. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil es das O2-Netz nicht nutzt. Und ich damals auch bei meinem Handy O2 ausgeschlossen habe, weil die Netzabdeckung aus meiner Sicht nicht die beste ist. Hier zumindest bei uns hier auf dem Land. Aber, naja, also wir probieren es mal aus. Das ist eher eine günstige SIM-Karte. Entweder es taugt oder man muss halt dann eine teurere sich suchen mit einem D-Netz. Was kann ich noch sagen? Ja, also zu der Problematik der Stromversorgung mit dem Raspberry ist es halt so, dass ich das schon mit einer Powerbank lösen wollte. Ich habe noch eine Powerbank zu Hause. Die hat irgendwie nur sechs, sieben Stunden gehalten. Das kann eigentlich gar nicht sein, aber es war so. Vielleicht ist es ja auch defekt. Ich werde es ein bisschen weiterverfolgen und für mich so einsetzen. Noch ein bisschen weiterentwickeln. Das Frontend noch ein bisschen aufbauen. Und ja, dann wie gesagt, ich vermute mal so zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich ein kleines Tutorial schreiben. Eine Schritt-für-Schritt-Anweisung. Ich werde auch den Code offenlegen, dann auf einem kleinen Blogpost. Und wer möchte, kann sich das natürlich dann nachbauen. Ich werde dann auch die Links zu sämtlicher Hardware drunter posten, sodass sich jeder das Ganze halt bestellen kann und nachbauen kann, wer möchte. Ja, soweit von mir. Vielen Dank für die Unterstützung und den Support, die Kommentare, die Likes und die Abonnements. Macht weiter so, dann machen wir auch weiter. Und ja, gute Fahrt. Ciao, ciao, bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.